Stell dir vor, du könntest dein komplettes Marketing per Drag & Drop planen und die Software setzt alles im Hintergrund gleich um. Keine Plugins, keine Updates, einfach starten. Builderall Mit Builderall planst du dein Marketing mit wenigen Klicks und Builderall kümmert sich um all den Rest. Du erstellst deine erste Website direkt bei der Planung oder über deinen Page Builder. Starte zum Beispiel auf der Grundlage von über 1000 fertigen Vorlagen. Natürlich ist deine Website SSL verschlüsselt und für die Datenschutzgrundverordnung optimiert. Ist deine Website fertig, kannst du mit wenigen Klicks ein Opt-in hinzufügen, um zum Beispiel dein neues Magazin zum Download anzubieten. Du hast kein Magazin? Dann erstelle deine erste Ausgabe gleich in deiner neuen Magazin-App. Gestaltung geht auch hier per Drag & Drop. Speichere dein Magazin als PDF oder binde dies als blätterbares Magazin in deine Website ein. Sobald deine Interessenten dein neues Magazin downloaden, laden sie natürlich direkt auf deiner E-Mail-Liste. Und ja, auch das komplette E-Mail-Marketing ist bereits in deiner Suite enthalten. Über Segmente und Regeln kannst du nun die richtige E-Mail zur richtigen Zeit dem richtigen Interessenten schicken. Prima. Sagen wir, dein Interessent landet jetzt im geschützten Mitgliederbereich, um sein Magazin downzuloden. Hier könntest du jetzt einen passenden Workshop bewerben. Deinen ersten Kurs kannst du selbstverständlich direkt in deinem eigenen E-Learning-System erstellen. Okay, wie wäre ein kurzes Video zur Bewerbung deines Kurses? Die passende Software zur Erstellung dieser Videos liegt ebenfalls in Bilderall für dich bereit. Und wenn wir schon dabei sind, erstellen wir auch gleich schicke Grafiken für deine Werbung. Kostenlose Bilder und Mockups, die du nur noch mit eigenen Bildern füllen musst, fändest du im neuen Designstudio. Vielleicht geben wir jetzt ein Webinar für unsere Kunden. Übrigens ist es egal, wie viele Teilnehmer du hast, denn es gibt hier keine Begrenzung und haben einzelne Zuhörer noch Fragen, starte in kleiner Runde ein persönliches Meeting im Anschluss. Deine Zuhörer sind jetzt von deinem Angebot begeistert, halte sie also gleich in deinen Shop weiter und schalte eine kleine Onboarding-E-Mail-Kampagne, um deinen neuen Kunden deinem Produkt vertraut zu machen. Und jetzt stell dir vor, dass all dies nur die Spitze des Eisbergs ist. Du kannst deine Kunden über Browser-Notifications informieren, deine Beiträge auf Facebook und Instagram planen und autoposten. Der Facebook-Chatbot unterstützt dich bei der Akquise, binde SMS und WhatsApp in dein Marketing ein und natürlich kannst du den Erfolg deiner Kampagne über Clickmaps kontrollieren. Klingt gut? Es ist noch viel besser. Klingt gut. Klingt gut. Klingt gut. Vielen Dank.